Was seid ihr für eine Gruppe? Ich melde. Wir sind eine Sondergruppe der Stadtkommandantur. Wir warten auf unseren Führer. Der ist Oberleutnant der... Idioten! Wir sind die Sicherungseinheit. Ihr wollt wohl warten, bis die Russen kommen. Nein, nein. Wir sollen beim Evakuieren helfen. Ihr müsstet erschossen werden. Aber das werden schon die Russen machen. Weiter. Wir müssen machen.